Hier folgen die Schriften von Minno. Sie werden wohl von einigen Forschern nicht direkt zu den Burgentexten gezählt, stammen aber, die Oralender-Handschriften sagen nichts anderes aus, wie die vorigen Gesetze ebenfalls von den Burgwänden der Friasburg und den Burgen Stavia und Mediasblick. Vielleicht war es für die damaligen Burgfrauen und Burgherren selbstverständlich, dass die Texte des Minno, von dem die Gesetze für die Seeleute stammen und der auch den Leuten von Kreta Gesetze gebracht hatte, unter den älteren Gesetzen des Friasvolkes an den Turmwänden festgehalten wurden. Hermann Wirth hatte die Herkunft der Schriften über Minno, den sagenhaften Gesetzgeber Kretas, infrage gestellt und als spätere Einfügung bezeichnet und sie daher nicht vollständig in seine Oralender-Chronik übernommen. Der Lühe-Verlag geht davon aus, dass die Eurer-Länder-Handschriften keine Fälschung sind und die Texte dieses uralten Dokumentes daher unverändert übernommen werden müssen. Aus Minno's Schriften Sofern da ein Mann dermaßen böse ist, dass er unsere Nachbarn beraubt, Mordtaten verübt, Häuser niederbrennt, Jungfrauen schändet oder was es auch sei, das arg ist und unsere Landsleute wollen dies gerecht haben, so ist es recht, dass man den Täter fasst und ihn in ihrer Gegenwart tötet, auf das daraus kein Krieg komme, wodurch der Unschuldige für den Schuldigen büßen würde. Wollen sie ihn sein Leben behalten lassen und sich die Rache abkaufen lassen, so darf man das dulden. Doch ist der Täter ein König, Obergraf, Graf, wer es auch sei, der über die Sitten wachen muss, so müssen wir den Schaden ausbessern. Aber der Täter muss seine Strafe haben. Führt er einen Ehrennamen seiner Voreltern auf seinem Schild, dann darf seine Sippe seinen Namen nicht länger führen, deshalb, weil die eine Sippe Sorgen tragen soll über die Sitten der anderen. Gesetze für die Seefahrer Sturar ist der Ehrenname der Auslandsfahrer, Bedeutung Steuerer. 1. Alle Frias Söhne haben gleiche Rechte. Darum mögen alle flinken Knaben sich selbst als Auslandsfahrer bei dem Oldermann melden und dieser darf sie nicht abweisen, außer dass da kein Platz ist. 2. Die Seefahrer mögen ihre eigenen Führer benennen. 3. Die Kaufleute müssen durch die Gemeinschaft gewählt und benannt werden, der das Gut gehört, und die Seeleute dürfen dabei keine Stimme haben. 4. Falls man auf der Reise feststellt, dass der Seekönig schlecht, arg oder unfähig, unbekümmert ist, so mögen sie einen anderen nehmen. Kommen sie zurück, so mag sich der König selbst bei dem Oldermann beklagen. 5. Kommt die Flotte nach Hause und es gibt Gewinne, so müssen die Seeleute davon ein Drittel haben, folgendermaßen zu teilen. Der Seekönig zwölf Mannschaftsteile, der Schulze bei Nacht oder Admiral, hier Vertreter des Seekönigs, sieben Teile. Die Bootsmänner jeder zwei Teile, die Schiffer jeder drei Teile, das andere Schiffsvolk jeder einen Teil. Die jüngsten Lehrlinge oder Decksjungen jeder ein Drittel. Die mittleren oder Jungmänner jeder einen halben Teil und die ältesten oder Leichtmatrosen jeder ein Zweidrittel. 6. Sind da einige invalid geworden, so muss die Allgemeinheit für ihren Lebensunterhalt sorgen. Auch müssen sie bei den gemeinsamen Festen vorne sitzen, bei häuslichen Feiern, ja, bei allen Festen. 7. Sind da welche auf der Fahrt umgekommen, so müssen ihre Nächsten ihren Teil erben. 8. Sind da Witwen und Waisen gekommen, so muss die Gemeinschaft oder Allgemeinheit sie unterhalten. Sind sie in einem Kampf oder Streit gefallen, so mögen die Söhne die Namen ihrer Väter auf den Schilden führen. 9. Sind da Schiffsjungen oder Lehrlinge umgekommen, so müssen seine Erben einen ganzen Mannschaftsteil haben. 10. War er verlobt oder versprochen, so mag seine Braut sieben Mannschaftsteile fordern, um ihrem Freier einen Stein zuzuweisen. Aber dann muss sie wegen dieser Ehre ein Leben lang Witwe bleiben. 11. Sofern eine Gemeinschaft eine Flotte ausrüstet, müssen die Ausrüster, also die Räder, für die besten Lebensmittel sorgen und für Weib und Kinder. 12. Falls ein Seemann verbraucht und arm ist und er hat weder Haus noch Land, so muss ihm dies gegeben werden. Will er weder Haus noch Erbe, so mögen seine Freunde ihn ins Haus nehmen und die Gemeinschaft muss es vergüten nach seinem Stande, es sei denn, dass seine Freunde diesen Vorteil verweigern. 12. Sofern Nützliche Sachen aus den nachgelassenen Schriften Minnos Minno war ein alter Seekönig, ein Seher und wissbegierig. Den Kretern hat er Gesetze gegeben. Er ist bei den Linderorten geboren und nach all seinen Umherfahrten hat er dann das Glück gehabt, in Linderheim zu sterben. 1. Wenn unser Nachbar ein Stück Land oder Wasser hat, das uns gut zuliegt, so ziemt es sich für uns, wegen solch eines Kaufes zu fragen. Will er das nicht tun, dann muss man ihn das behalten lassen. Das ist nach Frias Rat oder Text und es würde Unrecht sein, dieses wegzunehmen. Wenn da Nachbarn miteinander keifen und zanken über einzelne Dinge und Sachen wie über Land und sie uns fragen, ein Urteil zu sprechen, so hat man dies lieber zu unterlassen. Doch wenn man sich da nicht heraushalten kann, so muß man das ehrlich und gerechtfertigt tun. Kommt da jemand und sagt, ich habe Streit und nun müsst ihr mir helfen oder ein anderer kommt und sagt, mein Sohn ist minderjährig und unbequem, ich bin alt, nun will ich dich zum Vormund über ihn und mein Land stellen, bis er volljährig ist, so hat man dies zu verweigern, auf das wir nicht in Zwiespalt oder Zwist kommen mögen, wegen Dingen, die mit unseren freien Sitten widerstreiten. Wenn da ein ausländischer Kaufmann auf den zugelassenen Markt im Wühringau kommt oder nach Allmannland und er betrügt, so erhält er sofort Marktverbot und wird durch die Maiden bekannt gemacht über das ganze Land. Kommt er dann zurück, so soll niemand von ihm kaufen. Er mag dahin ziehen, woher er gekommen ist. Wenn da also Kaufleute gewählt werden, um über die Märkte zu gehen oder mit der Flotte zu fahren, so hat man nur solche zu wählen, die man durch und durch kennt und die bei den Maiden in einem guten Ruf stehen. Geschieht es trotzdem, dass ein schlechter Mann darunter ist, der die Leute betrügen will, so haben die anderen dem zu wehren. Hat er es schon getan, so muss man das gut machen und den Missetäter aus dem Lande verbannen, auf das unser Name überall in Ehren genannt werden soll. Aber falls wir uns auf einem ausländischen Markt befinden, sei es nahe oder fern, und geschieht es, dass das Volk uns Leid antut oder bestiehlt, so haben wir in schnellem Angriff zuzuschlagen, denn obschon wir alles zu tun haben um des Friedens willen, so mögen unsere Halbbrüder uns nimmer gering achten noch wähnen, dass wir ängstlich seien. In meiner Jugend habe ich wohl einst über die Bande der Gesetze gemurrt. Später habe ich Fria oft für ihre Aufzeichnungen oder ihren Text und unseren Vorfahren und Voreltern für die Gesetze gedankt, die danach geschaffen sind. Vralda oder Allvater hat mir viele Jahre gegeben. Über viele Länder und Meere bin ich umhergefahren und nach allem, was ich gesehen habe, bin ich überzeugt, dass wir alleine durch Allvater auserwählt sind, Gesetze zu haben. Lüders Volk vermag keine Gesetze zu machen noch zu halten, sie sind zu dumm und wild dazu. Viele Geschlechter Finders sind klug genug, aber sie sind gierig, aufbrausend, hochfahrend, falsch, unkeusch und mordlustig. Die Kröten blasen sich selber auf und sie vermögen nichts als Kriechen. Die Frösche rufen Werk, Werk und sie tun nichts als Hüpfen und Possen treiben. Die Krähen rufen Sparr, Sparr, aber sie stehlen und verschlingen alles, was unter ihre Schnäbel kommt. Wie alle diese ist das Finders Volk. Sie rühmen oder pochen immer auf gute Gesetze, jeder will Satzungen machen, um dem Bösen zu wehren, aber selber will niemand daran gebunden sein. Derjenige, dessen Geist der listigste ist und dadurch stark, dessen Hahn kräht König und die anderen müssen immer seiner Herrschaft unterworfen sein, bis ein anderer kommt, der ihn von dem Sessel vertreibt. Das Wort Eva ist zu heilig, um eine gemeinsame Sache zu benennen. Darum hat man uns gelehrt, Evin zu sagen. Bedeutung gleich oder ebenso. Eva das bedeutet oder besagt Satzungen, Gewissen, Gemüt, Seelengesetze, die bei allen Menschen gleichermaßen in ihr Gemüt geprägt sind, auf das sie wissen mögen, was Recht und Unrecht ist und wodurch sie befähigt sind, um ihre eigenen Taten und die von anderen zu beurteilen. Das will sagen, insoweit sie gut und nicht verbrecherisch oder missetätig aufgezogen sind. Auch ist da noch ein anderer Sinn damit verbunden. Eva bedeutet auch e-lig, also sehgleich. Wetter-lig oder wassergleich, gemeint ist die Ebene Fläche beim Wasser, kurzum spiegelglattes Wasser. Recht und schlecht, also Wasser, das durch keinen Sturmwind oder etwas anderes gestört ist. Wird das Wasser gestört, so wird es un-ewa, also uneben, Unrecht. Aber es neigt ewig, um wieder eva, also eben, zu werden. Das liegt in seiner Eigenart, in seinem Wesen. So wie die Neigung zu Recht und Freiheit in Frias Kindern liegt. Diese Neigung haben wir durch Vraldas Geist, unseres Vaters, der in Frias Kindern wohnt. Darum soll sie, also die zuvor beschriebene Neigung, Darum soll sie uns auch ewig anheften und begleiten. Eva ist auch das andere Sinnbild von Vraldas Geist, der ewig recht und ungestört bleibt, obschon es in seiner Schöpfung arg zugeht. Gerecht und ungestört sind die Merkmale der Weisheit und Rechtschaffenheit, die von allen frommen Menschen gesucht und von allen Richtern besessen werden müssen. Wollen die Menschen also Satzungen und Bestimmungen machen, die dauerhaft gut bleiben und überall, so müssen sie für alle Menschen gleich sein. Nach diesen Gesetzen haben die Richter ihr Urteil auszusprechen. Wird da etwas Böses getan, wofür keine Gesetze zusammengefügt sind, so muss man eine Mena Acht einberufen, also eine gemeine Versammlung der Geachteten. Dort urteilt man nach dem Sinn, in welchem Vraldas Geist in uns spricht, um über alle gerechtfertigt zu urteilen. So zu handeln, soll unser Urteil niemals ausfallen. Tut man kein Recht, sondern Unrecht, so entsteht ein Streit oder Zwist und Zwiespalt unter den Menschen und Ländern. Daraus sprießen innere Unruhen, wodurch alles zerstört und verdorben wird. Aber, o Dummheit, derweilen wir damit beschäftigt sind, uns gegenseitig zu schaden, kommt das neidische Volk Findas mit seinen falschen Priestern, eure Habe zu rauben, eure Töchter zu schänden, eure Sitten zu verderben und schließlich schließen sie Sklavenbande um eines jeden freien Hals. 2 aus den Schriften Minos Als Nihelenja, die mit ihrem eigenen Namen Minerva hieß, gut eingesessen war und die Kräkerländer sie zumindest ebenso stark liebten wie unser eigenes Volk, da kamen dort einige Fürsten und Priester auf ihre Burg und fragten Minerva, worin ihre Erbteile lägen. Helenja antwortete Mein Erbe trage ich umher in meinem Busen. Was ich geerbt habe, ist die Liebe zur Weisheit, Recht und Freiheit. Habe ich diese verloren, so bin ich gleich der geringsten eurer Sklavenen. Nun erteile ich kostenlos Rat, aber andernfalls würde ich ihn verkaufen. Die Herren gingen fort und riefen alle lachend, Eure hörigen Diener, weise Helenja. Doch damit verfehlten sie ihr Ziel, denn das Volk, das sie liebte und ihr folgte, nahm diesen Namen als einen Ehrennamen an. Als sie, also die Priester, sahen, dass ihr Schuss gefehlt hatte, da gingen sie sie beschuldigen und sagten, dass sie das Volk behext hätte. Aber unser Volk und die guten Kräkerländer erkannten oder werteten überall, dass es eine Verleumdung und Lästerung war. Einst kamen die Priester und fragten, wenn du denn keine Dunkle bist, was tust du dann mit den Eiern, die du allzeit bei dir hast? Minerva antwortete, diese Eier sind das Sinnbild von Frias Ratschlägen, worin unsere Zukunft verborgen liegt und die von dem ganzen Menschengeschlecht. Die Zeit muss sie ausbrüten und wir müssen wachen, dass da kein Leid daran kommt. Die Priester Gut gesagt, aber wozu dient der Hund an deiner rechten Hand? Helenja antwortete, hat der Schäfer keinen Schäferhund, um seine Herde zusammenzuhalten? Was der Hund im Dienste des Schafhirten ist, bin ich in Frias Dienst. Ich muss über Frias Herde wachen. Das erscheint uns gut, sagten die Priester. Aber sage uns, was ist die Bedeutung von der Nachteule, die immer über deinem Haupte sitzt? Ist das lichtscheue Tier etwa das Zeichen deiner Hellsichtigkeit? Nein, Nein, antwortete Helenja. Es hilft mich zu erinnern, dass da ein Schlag von Menschen über die Erde umherwandelt, der ebenso gleich ist wie Es, also Hi, das Tier, in Kirchen und Höhlen wohnt oder haust und im Dunkeln und Düstern wühlt, jedoch nicht wie Es, um uns von Mäusen und anderen Plagen zu befreien, sondern Ränke zu ersinnen, den anderen Menschen ihr Wissen zu rauben, auf das sie diese besser zu fassen vermögen, um Sklaven aus ihnen zu machen und ihr Blut auszusaugen, ebenso wie es Vampire tun. Einst kamen die Priester mit einem Haufen Volk. Die Pest war über das Land gekommen. Sie sagten, wir alle sind beschäftigt, den Göttern zu opfern, auf das sie die Pest abwehren mögen. Willst du denn nicht helfen, ihren Zorn zu stillen oder hast du die Pest selber über das Land gebracht mit deinen Künsten? Nein, sagte Minerva, aber ich kenne keine Götter, die bösartig sind, darum kann ich nicht fragen, ob sie besser werden wollen. Ich kenne einen Gott, das ist Vraldas Geist, aber weil er gut ist, tut er auch nichts Böses. Wo kommt das Übel dann her? fragten die Priester. Alles Böse kommt von euch und von der Dummheit der Menschen, die sich selbst von euch fangen lassen. Falls deine Gottheit so besonders gut ist, warum wehrt er das Übel dann nicht ab? fragten die Priester. Helenia antwortete Fria hat uns auf den Weg gebracht und der Kroder, das ist die Zeit, der muss das Übrige tun. In allem Unglück ist Rat und Hilfe zu finden. Doch Vralda will, dass wir selber suchen sollen, auf das wir stark werden sollen und weise. Wollen wir das nicht, dann lässt er, nämlich Vraldas Geist, unsere Zögerlichkeit sich austrollen, auf das wir erfahren sollen, was nach weisen Taten und was nach törichten Taten folgt. Da sagte ein Fürst, ich sollte meinen, das wäre besser, dem zu wehren. Wohl möglich, antwortete Helenia, weil dann die Menschen wie gezähmte Schafe bleiben werden. Du und die Priester werden sie dann hüten wollen, aber sie auch scheren und zu der Schlachtbank führen. Doch so will es unsere Gottheit nicht. Er, also Fraldas Geist, er will, dass wir uns gegenseitig helfen, aber er will auch, dass jeder frei sei und weise werde. Das ist auch unser Wille. Darum wählt unser Volk seine Fürsten, Grafen, Ratgeber und alle Herren, Bosse und Meister aus den Weisesten der guten Menschen, auf das jedermann sein Bestes tun soll, um weise und gut zu werden. So zu handeln, sollen wir den Völkern lehren, das weise sein und weise handeln allein zur Seligkeit führen. Das gleicht einem Urteil, sagten die Priester. Aber wenn du nun meinst, dass die Pest durch unsere Dummheit kommt, würde oder sollte nie Helenia dann wohl so gut sein wollen, um uns etwas von dem neuen Licht zu leihen, worauf sie so stolz ist? Ja, sagte Helenia, die Raben und andere Vögel kommen alleine, um auf faules Aas zu fallen, aber die Pest liebt nicht allein verdorbenes Aas, sondern verdorbene Sitten, Gebräuche und Abhängigkeiten, Bindungen. Wollt ihr, die Pest von euch weiche und nicht wiederkommt, dann müsst ihr die Abhängigkeiten ablegen und dass ihr alle rein werdet, von innen und von außen. Wir wollen glauben, dass dein Rat gut ist, sagten die Priester, aber sage uns, wie sollen wir alle Da stand Nihilinja von ihrem Sitz auf und sprach Die Spatzen folgen dem Sämann, die Völker ihren guten Fürsten. Deshalb habt ihr damit zu beginnen, euch selber so rein zu machen, dass ihr eure Blicke nach innen und auswärts richten könnt, ohne schamrot zu werden, vor eurem eigenen Gewissen. Aber anstatt das Volk rein zu machen, habt ihr schmutzige faule Feste erfunden, auf denen das Volk so lange säuft, dass es zuletzt gleich Wildschweinen im Schlamm wühlt, damit dass ihr eure schmutzigen faulen Gelüste büßen mögt. Das Volk begann zu johlen und zu spotten. Deshalb wagten sie nicht, den Streit weiterzuführen. Nun sollte jeder wähnen, dass sie das Volk überall zu Haufe gerufen hätten, um uns alle zusammen aus dem Lande hinauszutreiben. Nein, anstatt sie zu beschimpfen, gingen sie überall hin, auch zu den nahen Krägerländern, bis zu den Alpen, um zu verkünden, dass es der allerobersten Gottheit gefallen hätte, seine weise Tochter Minerva mit dem Zunahmen Ne Helenia mit einer Wolke über das Meer unter die Menschen zu senden, um den Menschen guten Rat zu geben, und dass jedermann, der sie hören will, reich und glücklich werden würde und einst Herr werden würde über alle Königreiche der Erde. Sie stellten ihr Bildnis auf ihre Altäre oder sie verkauften es an die dummen Menschen. Sie verkündeten allerwegens Ratschläge, die sie, Minerva, niemals gegeben hatte, und erzählten Wunder, die sie nicht getan hatte. Durch List wussten sie sich selber zum Herrn über unsere Gesetze und Vorschriften zu machen und durch Trugreden oder Warnsprache wussten sie alles umzudeuten und zu entstellen. Sie stellten auch Meiden unter ihre Hut, die scheinbar unter der Hut von Foster, unserer ersten Ehrenmutter standen, um über das heilige Licht zu wachen. Aber das Licht hatten sie selber angezündet und anstatt die Meiden weise zu machen und später unter Kinder zu unterrichten, machten sie sie dumm und trübe bei dem Licht und niemals durften sie nach draußen kommen. Auch wurden sie als Ratgeberinnen beschäftigt, doch ihr Rat kam zum Schein aus ihrem Munde, denn ihre Münder waren nichts anderes als das Sprachrohr, wodurch die Priester ihre Wünsche oder Begehren aussprachen. Als Nehelinja gestorben war, wollten wir eine andere Mutter wählen. Einige wollten nach Texland, um dort eine zu erfragen, aber die Priester, die bei ihrem eigenen Volk die Macht wieder inne hatten, wollten das nicht dulden und riefen uns bei ihrem Volk als unheilig aus. Drittens aus den Schriften Minos Als ich also mit meinen Leuten von Athen fortgefahren war, kamen wir schließlich zu einer Insel, von meinen Leuten Kreta genannt, wegen des wilden Geschreis, welches das Volk bei unserer Ankunft erhob. Doch als sie sahen, dass wir keinen Krieg im Schilde führten, wurden sie zugänglich, Land in Un Land kamen, die Führer und Priester kamen vortragen, dass wir ihr Volk ungehorsam gemacht hätten. Und das Volk kam zu uns um Hilfe und Schutz. Doch als die Fürsten sahen, dass sie ihr Reich verlieren würden, da gaben sie dem Volk die Freiheit und kamen zu mir wegen eines Gesetzbuches. Doch das Volk war keine Freiheit gewöhnt und die Herren blieben herrschend nach ihrem eigenen Gut Dünken. Als der Sturm vorüber war, begannen sie Zwiespalt unter uns zu sehen. Sie sagten zu meinem Volk, dass ich ihre Hilfe angerufen hätte, um ständig König zu werden. Einst fand ich Gift in meinem Met. Dann, als da gelegentlich ein Schiff von den Flie bei uns landete, bin ich damit heimlich fortgezogen. Doch meine eigenen Erfahrungen vernachlässigend, so will ich mit dieser Geschichte nur sagen, dass wir mit dem Finders Volk nicht wohnen mögen, von woher es auch sei, deshalb, weil sie voll sind mit falschen Ränken, ebenso zu fürchten, tödlichem Gift. Ende von den Schriften des Minno Schiff Untertitelung des ZDF, 2020